Herzlich Willkommen und erst einmal sehen Sie auf der Alport End-of-Season-Party. Das ist genial, dass mir viel mehr dabei ist, für heute alles abzurichten und unsere Sponsoren, und unsere Supporter können es ermöglichen, für einen Tag im Sommer mit alles zu feiern. Schaut euch mal an, wie das alles ist. Die Idee war ja am Anfang für etwas, für einen als Klient zu machen, als Partner, als Sponsoren und als Freunde, die am weitesten geholfen haben. Ich bin ein ganz kurzes Flott-DJ, den wir kennen, der sich auch sehr bereits gestaltet hat, bei Matzehölfe und heute noch ein tolles Team, die das ganz gut gemacht haben. Leute von uns, die das ganz gut gemacht haben und die Sponsoren haben. Also wirklich wunderbar. Ich bin eine andere Person, yeah, turn my world up. Ich bin eine andere Person, yeah, turn my world up, world up. Und die Location ist auch eine super Sache. Also ein Wasserlocation Fenster hier und dann geht es auch nicht mehr. Alles gebründelt und ein enger Party. Wir sind heute ein Party vom Jahrtausend. Wir sind heute ein Party vom Jahrtausend. Ich bin eine andere Person, yeah, turn my world up. Oh, das ist ein guter Froh, weil ich denke, dass es sehr schwer ist, dass man vielleicht nicht mehr Gäste ist, man. Für den Rest kann es perfekt sein. Turn my world up, turn my world up, I'm a different person, yeah. Turn my world up, world up, yeah. So, jetzt sind schon viele Leute hier. Die haben aber, die Musik lebt noch. Wir werden noch ein bisschen weiterfeuern. Ich hoffe, es war es für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier auf der ersten End-of-Season-Party von Elpert. Wir sind erst nächstes Jahr hier auf dem nehmlichsten Platz. Wir werden hoffentlich noch mehr Leute an mehr Party. Ich hoffe, es hat euch gefallen.